Es läuft schon die Nachspielzeit. Braunschweig warf alles nach vorne. Bär hält den Ball im Spiel. Kijewski hat Platz und findet Julius Züter. Ausgleich. 1 zu 1 für Braunschweig. Der gebürtige Braunschweiger ausgeliehen aus Paderborn. Mit perfektem Kopfball. Sein erster Treffer für die Eintracht. Und er ist so, so wichtig. Wir springen in die Nachspielzeit. 92. Minute. Kijewski mit dem Einwurf. Und der eingewechselte Düker. Düker und Ausgleich. Braunschweig macht das Last Minute. 1 zu 1 durch den gebürtigen Braunschweiger. Gegen Groß-Hastbach schon für viel Freude gesorgt. Mit seinem Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit. Von Simon Scherder. Nicht die Hand. Der Kijewski. Und der Ball geht rein. Und es ist schon wieder der Düker. Es ist schon wieder der Düker in der Nachspielzeit. Ja, ist das denn zu fassen? Gegen Groß-Hastbach. In den letzten Zügen mit dem Ausgleich. Und wieder schlägt der Düker Spätzl. Klasse Ecke von Kijewski. Und dann ist so viel Gewühl vor Schultzenius. Und er ist einfach am schnellsten. Und drückt ihn aus drei Metern rein. Danke. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017